Man müsste noch die Skins benutzen können von seinen LoL-Champions. Das wär cool. Das wär ziemlich awesome, holy shit, ja. Können wir meine Nexus-Jäger Anivia nehmen. Das kommt bestimmt auch noch. Äh, wenn nehm ich dann. Ah, scheit. Oh, jetzt hab ich nicht rausgeweht, okay. Er darf nicht wurschen. Ah, x-ray. Hallo. What? Nicht mal Ulti gemachter Typ. Boah, der Pfeil, alter. Wie viel Schaden hat er grade gemacht? Der war 3 Viertel Life, der Typ. Aua. Auch mehrere Level 2 natürlich. Ah, der ist schon 2-2. Das war er. Nein. Was machen die Assassinen? Die springen auf den letzten Mann und laufen dann zu den Tanks nach vorne. What the fuck? Was war das denn? Oh, no. Ach, scheiße. Niederle. Boah, ich mach den Mordekaiser kein Damage. Oh, jetzt. Der heilt sich mehr als ich einen Schaden mache, witzig. Boah. Ja, dann kann man das Spezialfähigkeit und ich hau ihn um. Oh, die wollte ich haben. Oh, die wollte ich haben. Oh, die wollte ich haben. Oh, der Pfeil. Oh, der Pfeil. Der hat die Cheats angemacht. Ich glaube auch, ey. Eindeutig. Hex called. Nice thingy boy. Gott, ich geh ja nichts tot bei dir. 10 OP. Ja, Sardin, gib alles. Wow. Nice! Nein, warum auf die andere Kassadin? Hau doch den Shen um, Alter! Oh Gott, was ist das denn hier? So ein Ding! Boah, wenn sie wenigstens auf die andere... Oh, ich kann zumindest noch ein bisschen Unentschieden rausholen, also... Wow, ey! Wenn sie einfach die Shen gehen würde! Oh, Single Boy, hi! Ruf schon an mir, ey, so nervig! Oh, holy moody! Ich bin mal schlafen für heute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend! Ja, holy, guten Abend! What? Oh, diesmal gewinne ich! Nice, 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 nice! not good eh, nicht schuldig gegen Söööö, das wird auch wieder nichts oh, den besiege ich ziemlich deutlich, ich holzschädt Platz 3, gar der richtig krass besiegt ich habe keine ahnung was genau das hier wird bei mir ich habe mich auf verloren gegen 33 er und schenke ich würde ich nicht sagen ja das problem ist dass sie meine kathleen gefokust haben und die schildet sich mehr hoch als schaden kriegt gegen den typen wieder gewonnen hatte empfiehlt auf jeden fall noch ein nobel glaube ich okay der wird wohl der ist draußen nämlich ausgekickt okay einander schon mal weniger sinkt aber der rest stirbt schnell von ihm ist holy shit alter alter kein verloren der dreht richtig kassiert da ist der traf ex alter 4 level 3 hat der typ 4 level 3 wird sie mal nichts also den traf ex mach kaputt ja und zwar richtig nein da war gar nicht mehr sachen geboren könnte aber ich brauche die level 3 kassadin jetzt nix eigentlich hätte ich gerne den rex genommen oder den jasuo genommen der den traf ex mach kaputt das heißt du müsstest am besten den trickster fünfter tings daraus haben wir beide gegeneinander das sind kein gutes ende ja außer ich gewinne weil du wirst noch nicht raus fliegen das stimmt oh mit dem shen der shen geht auf jeden fall mit den items auch nice ab ja das war's sorry bro oh der andere ist auch raus also ich gegen den traf ex und gegen den habe ich ihn ziemlich heftig gewonnen dritter platz oh er hat umgestellt ok er sagt halt nix er geht einfach was oh x max naja hoppala haha tschau tschau oh nein ich bin wieder gegen den typ ok ok das sieht ganz gut aus alter uhuhuhuhuhu oh die kassadin warum stimmt die kassadin oh oh das ist keine böse hätten für mich warum ist die kassadin gestorben ohne was zu machen die nicht einmal angriffen verstehe ich nicht einmal nach vorne gelaufen und instant gestorben kassadin ist doch ein dude oder keine ahnung ach die stand da vorne völlig alleine holy shit natürlich dump is fuck venga venga x2 ja das sieht besser aus damn hätte ich die eben nicht umgestellt die kassadin hätte ich wahrscheinlich eben auch schon gewonnen das hat es mir ist das ein dot gut nein das ist die kassadin das ist nicht die kassadin das ist nicht die kassadin nein joy ist die kassadin oh komm schon oh jetzt hat er den garen umgestellt interessant da hab ich nicht drauf geachtet komm schon sieht gut aus das ist die kassadin wuuh wieder ein wimmel nice heute drei games gewonnen nice scheiß nice scheiß wuuh kassadin war strong wuuh